Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu 7 days to die Tag 19 kurz nach 8 ich bin wieder nach hause gedödelt und habe mal ein bisschen vorbereitet ich habe die fort ist alle leer gemacht und alles was drin war rausgebrannt und alles soweit verstaut damit wir hier mal umziehen können ich habe jetzt überlegt vielleicht wäre es gar nicht mal so verkehrt wenn ich oben bzw hier unten abstütze ich habe ein bisschen Panik dass das zusammenbricht dürfte eigentlich nicht passieren aber man weiß es nicht also ich habe hier stützpfeiler wichtig ist halt bei diesem spiel dass alles mit dem bedrock verbunden ist das heißt das geht nach oben und mündet dann in die plattform das dürfte eigentlich reichen aber ich möchte vielleicht auch noch ein zwei stützpfeiler hier reinbauen und zwar genau auf die kanten von dem killbunker oben damit da nichts passieren kann weil ich möchte das gerne noch ein bisschen weiter ausbauen und ja werde ich mal schauen ich habe ein bisschen was gemacht ich habe zum ersten habe ich die airdrops angeschaltet weil ich finde es echt kacke wenn du das flugzeug sie ist sie ist aber den airdrop nicht deswegen habe ich die marke angemacht das problem ist er doch sie jetzt runtergekommen sind sehe ich nicht mehr schade die sind weg aber dafür werde ich die nächsten dann sehen und das ist ganz gut dann habe ich folgendes gemacht und zwar habe ich dem meiner 69er skill etwas gepimpt sozusagen wenn man auf fünf ist steht der normale damage wert bei zwei und ich habe den jetzt auf 2,5 hoch gesetzt das heißt ich kann noch nicht mit einem schlag steine kaputt machen jetzt schon mal das hier alles da seht das also ich muss auf jeden fall noch die werkzeuge weiter nach oben bringen das habe ich auch getan ich habe ein bisschen steinechse noch gecraftet und werde jetzt mal neue pickaxes herstellen steel pickaxes damit wir mit einem schlag stein weg machen können weil der tunnel wird kommen und zwar richtung wo ich kurz schauen richtung osten ich werde hier buddeln und werde mich dann hier aus dem berg raus buddeln also hier ein tunnel rips und dann aus dem berg raus problem ist ich bin hier am bedrock und der berg ist natürlich nicht am bedrock das heißt ich muss irgendwie ein bisschen hoch kommen müssen wir schauen wie hoch das hier ist damit ich die steigung halt hier rein kriege das heißt ich kann von hier von der base aus schön rausfahren und muss nicht wieder diesen berg runter und das ganze gedönse gleichzeitig werde ich den tunnel dann hier mit dem bunker verbinden das heißt ich kann hier lang fahren und kann hier raus fahren und ich überlege ob ich diesen tunnel wenn einmal hier unten ist ob ich gleichzeitig noch einen aufgang nach oben machen dass ich also einmal wenn ich von hier kommen entweder hochfahren kann damit ich oben in der stadt bin oder runter fahren kann damit ich direkt hier unten bin muss ich mal schauen für das ganze gebuddel ist es mir halt lieber und das war früher auch so und ich finde das nur legitim wenn man wirklich fette waffen hat dass man und die entsprechenden skills dazu dass man mit einem schlag den stein weg bekommt ansonsten dauert zeit abartig lange ich weiß wir haben die orga aber die wird ja auch nicht ewig halten benzin aber auch genug es ist schwierig sagen wir so und was ich noch gemacht habe was ihr aber auch alle machen könnt wenn ihr das machen wollt und schreibt mir einfach ein kommentar rein ich erkläre es euch mal ganz kurz und zwar wenn ihr auf die map schaut seht ihr tata minibike marker kein bock mehr das baby zu suchen es gibt in den konfigurations dateien da steht sogar drin und zwar wenn ihr da auf neuen seven days ordner geht auf data und dann konfig stehen diese ganzen xml dateien und in der xml datei entity classes punkt xml müsst ihr einfach nach minibike suchen und dann ist in der vorletzten zeile ist so ein aufrufe zeichen und in klammern und da steht also wenn man diese ganze zeile entfernt dann wird das minibike sichtbar sozusagen sperre drin also es ist schon im spiel drin und man muss einfach nur eine zeile raus machen fertig ich kann das kann ja mal ein kurzes tutorial zu machen auch finde ich ganz cool und sieht man spike auf jeden fall weil man sieht auch seinen schlafsack warum soll man sein bike dann noch nicht sehen also ja das habe ich geändert und man kann natürlich noch viel mehr machen rezepte reinpacken und so weiter und so fort aber das habe ich jetzt erstmal gelassen ich gucke erstmal dass wir so irgendwie klar kommen und jetzt werde ich heute nacht hier meine forges umziehen den ganzen bereichen auch aushöhlen dass wir hier schön drumherum die forges bauen können machen uns ein paar wände rein machen die kisten hier rein dass wir eine richtig geile arbeits area haben sozusagen working area und das wieder benzin und da ist schon wieder voll geil ich bin da so gut mit dem benzin 43 sekunden noch ach so und eine sache noch ich habe jetzt dieses video gemacht bezüglich der heatmap ich habe mal kurz getestet und geschaut habt die heatmap hier unten auf 100 prozent gebracht es kamen keine schreitanten das ist wohl so man hat ja einmal diese chance also diese 16 16 blöcke in denen man sich befindet und das hat aber wohl nur eine tiefe von 60 block das heißt wir sind ja über 60 block tief hier und ich kann hier unten machen was ich will es werden keine schreitanten kommen ich werde es mal testen auch in diesem display mache ich mir einfach dann so fünf minuten an stelle mich nach oben und warte mal wenn alle forges laufen bis die 100 prozent erreicht sind ob das denn auch triggert wenn man oben steht oder ob es auch nicht triggert er wenn ich ziemlich doof ansonsten könnte man natürlich hochgehen ich möchte natürlich die horden haben ich möchte da looten und möchte dass die babys da reinfallen wer würde das nicht wollen soll man schauen dass wir die forges abgebaut kriegen muss und meine ranch french war beständige french hingetan ich habe die verkauft da ist sie super so ein bisschen ein ein bisschen stahl und dann machen wir noch mal so ein zwei die epig axes 25 stück nicht sehen kann man mal zwei drei vier ich mach mal vier stück die können wir dann kombinieren wir haben ja genug so eine range dann brauche ich noch vier mechanical parts hätte ich auch gerne eine neue die geht ja auch recht fix und benzin dort werden benzin haben ja super aber wir haben zu viel benzin das wird unsere das wird die die orga gar nicht überleben und die kisten waren für den eimer das noch damit rein soll gucken dass ich die kisten nicht aus versehen abbaue weiß ich mir aber ziemlich in den so feine alles gut aber um ich brauche neue feile unbedingt mal und ja genau ich wollte mir noch einen hammer machen hier so ein iron sledgehammer forged iron brauchen wir dafür habe ich natürlich nicht gerade gut dann wird zeit dass wir umziehen und eisen einschmelzen ich habe das ganze eisen rausgeholt und eins zwei drei sechs 34.000 iron am start das ist noch nicht so viel aber es ist schon mal ein anfang möchte ich sagen und soll aber auch noch mal schauen ob wir hier unsere fort ist abgebaut kriegen also ich glaube nur mit der range dauert es sehr lange ja deswegen müssen wir mal ein bisschen vorknüppeln aber nicht zu viel das könnte jetzt schon zu viel sein ich habe angst können wir damit noch ein bisschen weiter runter ja so ist doch gut wir haben genug damit eine kaputt mal moment schauen alles raus und das ist ganz wichtig raus damit dass noch irgendwas drin ist alles klar gut so und die auch alles raus alles raus fünf glase noch drin aber das können wir vernachlässigen drei vier so zack fertig so jetzt machen wir mal kurz ein paar kisten zwei drei kisten so die hänge ich jetzt erstmal hier so platzhalter mäßig hin sieht das sehr schön aus egal so dass da so viel es geht so schmeißen wir erstmal alles rein so und alles was mit stein zu tun hat hier rein na so die blick pavers die brauchen wir gleich wieder was kann sand haben hier ist echt brutal ich wüsse gerne mal wie viele gläser wieder rauskriegen so desammer war's das ja und das war's super das machen wir gleich ist erstmal nicht so wichtig und den ganzen krams da auch noch rein sehr schön werden so viele steine kriegen durch diese tunnel bauarbeiten das wird richtig cool so haben wir das dann können die weg reinschauen sicherheitshalber alles weg insecure sodalle bist du leer und du bist leer okay die dauern ein bisschen länger aber hauptsache sie kommen mit semi station und die workbench braucht noch ein bisschen guck mal 415er yeah 434er 474er schön gut das war noch ein bisschen die kiste die lass ich erst noch mal hängen das war nicht ganz so wichtig hauptsache wir kriegen das zeug hier weg das muss ich natürlich auch noch umziehen dann aber so dann wollen wir mal schauen hier one hit wonder ne immer noch nicht seht ihr also da muss ich wirklich bis auf 600 denk ich mal hoch aber wir sind nah dran ta 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 ach wisst ihr was schönes geräusch ta 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 level 101 geiler scheuss man er hat sich die frage wo packen wir die neuen die skill punkte überall rein ich kann doch mal so langsam auf waffen gehen und so weiter was ist das ich habe schon 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 damit ich nicht mehr so viel trinken muss ja gut wir haben erstmal genug zu trinken Blunt Weapons Gunsmissing, nee Mining Tools haben wir, haben wir Scavenging, wäre auch noch eine Idee Aber das kriegen wir eigentlich von alleine Ah, Quality Joe Hätte ich gerne, 60 brauchen wir, okay Tools missing ist okay Treasure Hand, Hunter Boomstick Können wir mal überlegen, ne Hm Das wäre natürlich auch was Ich lasse das erstmal so Lass mich erstmal Ist jetzt nicht kriegsentscheidend So, oh, schon kaputt gemacht hier Tiss, 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 tiss Gehen wir bis hier hin Ah, ich liebe das Ding Müssen wir nur nochmal zu den Schneejungs Mal gucken, dass wir da nochmal bessere Parts kriegen Ein bisschen auffassen mit der Kiste hier Aber da sind wir noch weit genug von weg Ja, der Tunnel wird eine spannende Geschichte Sonst hat ich lange nicht mehr gemacht Vor allem nicht mit Orga-Hilfe Das ist richtig geil Aber man muss halt nachher so ein bisschen feiner buddeln Deswegen ist mit der Orga nicht ganz so praktisch Das ist grob, ist sie gut Aber wenn man ein bisschen feiner werden muss Dann ist doch die Big X Noch besser So, wunderbar Dann fräse ich von unten ganz normal weg Dann machen wir da schön Stein und alles Ich überlege halt noch, ob ich dieses Einbauen soll, das man bei einem Wenn man normalen Stein abbaut So wie hier jetzt Dass man nicht nur Eisen rauskriegt Sondern dass man eine gewisse Chance hat Auch eventuell Potassium-Led oder Kohle mit rauszukriegen Da überlege ich noch Ich meine, wir werden Potassium finden Da bin ich der festen Überzeugung Aber Das ist halt schon ein nettes Gimmick Da ist es oben in den kleinen Steinen drin Wieso sollst du noch nicht in den großen sein Das Schöne ist halt, man kann es alles selber machen In den Konfliktdateien Wenn man ein bisschen rumspielt Mit schönen Möglichkeiten Bumm Vorsicht Ja und da ist die Orga schon fast wieder platt hier Also ich glaube gar nicht, dass ich mit dem Baby irgendwie Das schaffen würde Da komplett durch zu Ähm So schnell durchzubuddeln Weil die vorher schon kaputt ist So, die ist bravo noch Äh Können wir mal kurz hier anstecken So, die ganzen Steine da rein Das ist echt Wahnsinn, was wir an Steinen rauskriegen hier Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh ja, krass Block reinsetze Gut, das Baby ziehen wir gleich auch um Und ja, wir müssen mal überlegen, wie wir die Fortress hier aufbauen Haben wir die? Oh, wir haben's Sehr gut Zack, zack Oh, fast eine 500er Reicht's denn jetzt für ein One-Hit-Wonder? Nee Wie viel bleiben übrig? Zwei? 20 Okay Schade So, jetzt überlege ich mal Wie viel Rohes machen wir denn den Raum hier? Machen wir den komplett? Tutti, tutti, kompletti Dann bräuchte ich auch noch so ein paar Stufen, ne? Stairs Ähm Brickpaper Stairs Stone und Clay Clay? Stone Meint er diesen Stein? Brickpaper Stairs Ach, muss ich nach Forge machen? Äh Nee Oder? Was für ein Steinmeinter? Egal Das finden wir noch raus So Und dann Äh Hier oben ist noch ein bisschen Zu eng Das Baby nochmal eben reparieren Ups 311 Was gibt denn da? Ja, die Teile gehen am meisten runter Der Blade Baby Können wir auf jeden Fall auch Hm Habe ich nicht noch so einen schönen fetten Motor hier drin? Nee Keinen schönen fetten Oh, da wird aber Zeit da Was ist mit der Shotgun? Die Parts Ja, die sind besser Ich muss um die ein paar Häuserloten gehen Damit wir noch bessere Parts kriegen Für die 21er Horde Das ist schon mal alles gar nicht so schlecht Hm Hm Die können wir nochmal eben Kombinieren Bringt ja echt viel Der ist ein bisschen heiler dann Ja, komm Scheiß drauf Obwohl der besser ist Ja, komm Egal Lassen wir das erstmal Gut Ähm Tja, Forges Wie bauen wir die Forges auf hier? Also hier kommen wir runter Zack, zack Und hier kommen wir raus Schauen wir mit dem Bike hier lang kommen Dann wird das eine harte Kurve Hm, hm, hm Jups Ja, kann ich hier noch ein bisschen was wegnehmen Wenn wir das denn so machen Oh, jetzt haut er aber gut durch hier Ja Das waren die Blöcke, die schon ein bisschen angeknackst waren Nein Oh, die sind wir Die teuren Steine hier aus Versehen kaputtgeknüppelt So Kinder Okay, Stufen Da geht's nach oben Alles gut Dann machen wir hier noch ein bisschen Platz am Dach Da 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 So, jetzt komm ich gleich nach oben Und alles ist zusammengebrochen Decke Ja, die muss jetzt nicht wunderschön sein Da können wir auch irgendeine Verkleidung dran setzen Aber dass wir so ein bisschen Luft haben hier Ah, ich mach mir lieber erst nochmal ein paar Rot, 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 Rot Was machst du denn da drin? Du gehst ja gar nicht rein Du gehst hier rein Oh, guck mal Oh, da muss ich aber mal eben gucken Stockmussiv am Barrel seh ich jetzt gerade nicht Ich könnte ja mal das Hunting Rifle Barrel tauschen hier Ach so, jetzt bin ich wieder völlig Mache ich wieder Zeug, was ich eigentlich gar nicht tun sollte Der Stock ist ja mal wesentlich cooler Beziehungsweise machen wir das so Dann mal durch die Werkbank durchziehen Zack So Das ist irgendwie Parts, Stock, Receiver Für so ein Barrel Barrel hab ich aber nicht hier, oder? Blindfish strikes again Ne Doch kein Barrel, da ist auch kein Barrel Alles gut Aber hier ist noch ein Barrel So, was ist denn, wenn ich das Baby jetzt erstmal repariere Und dann die Barrels kombiniere Wieso kann ich es nicht reparieren? Hä? Raff ich jetzt nicht Egal Ne, so, warte mal Ich wollte hier So, jetzt assemblen Sputz Ready Laden Kommt auch noch Taschenlampe dran Weil es so hübsch ist So Bitteschön Sieht ziemlich stark aus Mit Taschenlampe Wie so ein Scope Gut, rein da, rein da Rein da Okay, jetzt kommt die Frage Wie bauen wir hier? Wie machen wir das? Also hier vorne, das muss alles noch Weiter Das ist mir zu eng Das geht aber erst mal darum Wie stellen wir die Forges auf hier? Machen wir hier Kisten hin? Ne Ich glaub, die Forge ist so schön im Halbkreis hier Und Workbench, Zementmischer, alles hier hin Ne, ich glaub, so machen wir's Okay, warte mal Hier die Forges machen Eisen Machen Munition und so weiter Dann kommen die erst mal Hier hin So Und So Workbench hier hin Chemistation ist so groß Passt hier wunderbar hin Noch irgendwas drin? Nein, super Also jetzt ist die Frage Warte mal, die Workbench ist zwei breit, ne? Glaub ich jetzt auch Hunger Ach ja, komm Dass ich das immer verpeile Ich brauch mal diesen anderen Mod noch Essen Ich hatte hier noch ein Leckerchen Und hab ich ihn drüben reingeschmissen Trinken Wichtig Ich hatte da noch irgendwo Stew Ja, sehr gut Oder wie seh ich den gerade wieder? Nö Oh oh Muss ich mal da drüben? Die sieben Prozent reichen aber Gut Und dann eben kurz die Workbench Noch mal hinpflanzen hier Machen wir eine oder zwei? Das ist natürlich jetzt die Frage Aber wir können noch zwei oder drei Hier nebeneinander stellen So, ne? Drei Workbenches Macht das Sinn Ne, komm Wir machen erstmal eine So Haben wir das Zeug hier stehen Dann machen wir Eins, zwei, drei Abstand Ich möchte das schon mal so skizzieren Wie wir die Forges bauen Also Dahin Dahinter ne Wand und Kisten Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Acht Zehn Elf, zwölf, dreizehn Vierzehn, fünftzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig Ja Machen wir erstmal Die drei setzen wir Dann machen wir ein kurzes Boyskin Und ich gehe in der Zwischenzeit mal was futtern schnell Tada Dahinter kommt dann Wand und Kisten und so weiter und so fort Und schöne Abzugshauben Und ja, da lässt sich das auch arbeiten hier würde ich sagen Gut meine Lieben, ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen Sag bis zum nächsten Mal Und wenn ihr Fragen habt zu den Mods Beziehungsweise zum Verändern der Dateien Dann schreibt es einfach in die Kommentare Bis dann, macht's gut Tschüss